Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle wissen, dass es Zeit für einen grünen Aufbruch in Nordrhein-Westfalen ist. Ich möchte Teil dieses Aufbruchs sein und Verantwortung übernehmen. Ich möchte meine Ausbildung als Volkswirt und meine Erfahrungen aus der Klimabewegung in den Landtag einbringen. Für drei Themen kämpfe ich ganz besonders. Das erste ist sozial gerechte Klimapolitik. Ich bin diesem Gegensatz zwischen Klima und Sozialem unendlich leid. Bis heute reden PolitikerInnen, alle anderen Parteien, diesen Gegensatz herbei, um ambitionierten Klimaschutz zu verhindern. Und das zeigt, dass sie das Ausmaß und das Wirken von Krisen insgesamt nicht verstanden haben. Krisen treffen Menschen nicht gleich. Das war und ist in der Corona-Krise so und bei der Klimakrise ist es genau so. Letzten Sommer war es das Hochwasser, aber schon nächstes Jahr kann es die Hitze- oder Trockenperiode sein. Und auch da werden Menschen mit wenig materiellen Ressourcen, Menschen, die in schlecht durchlüftbaren Wohnungen an großen Straßen wohnen müssen, ältere und kranke Menschen, sie werden am härtesten getroffen. Und das ist besonders ungerecht, weil diese Menschen am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Deswegen trete ich für eine Politik an, die diesen Gegensatz überwindet. Soziale Gerechtigkeit kann es nur mit Klimaschutz geben. Mein zweiter Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsfähigen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Als Volkswirt beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren mit der Frage, wie ein sozial-ökologischer Umbau unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft funktionieren kann. Wirtschaft ist immer eingebettet in Gesellschaft und Natur. Ohne Rohstoffe keine Produktion. Ohne saubere Luft und Nahrung kann niemand leben und arbeiten. Und ohne Sorgearbeit gibt es keine funktionierende Wirtschaft. Die Corona-Krise zeigt uns das immer wieder. Ich schreibe im Moment meine Masterarbeit über die nötigen Klimaschutzinvestitionen, die wir in Nordrhein-Westfalen brauchen und wie wir diese finanzieren können. Jeden Tag will ich mich durch Studien und lange Tabellen und all diese Untersuchungen, egal ob sie von Unternehmensverbänden, Gewerkschaften oder Forschungsinstitutionen kommen, alle sehen einen riesigen Investitionsbedarf. Das ist das Geld, das wir brauchen, um den ÖPNV gerade im ländlichen Raum auszubauen, Gebäude zu sanieren und die starke öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur zu schaffen, für die wir Grünen stehen. Um das große Ziel, Klimaneutralität schnell zu erreichen, brauchen wir einen mutigen Staat und eine mutige Landespolitik, die Geld in die Hand nimmt und verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen schafft. Mein dritter Schwerpunkt ist der Einsatz für einen klimagerechten Strukturwandel. Im rheinischen Revier wird sich entscheiden, ob wir in NRW und in Deutschland auf einen 1,5-Grad-Fahrt kommen. Ob im Hambi, auf unzähligen Demonstrationen oder in Lützerath. Ich kämpfe seit vielen Jahren für einen schnelleren Kohleausstieg. Aber natürlich ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der Aufbau einer lebenswerten, klimaneutralen und wirtschaftlich starken Region. Denn auch das ist sicher, wenn wir sozial-ökologische Transformation und das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, ist nicht nur im rheinischen Revier, sondern in ganz NRW und in ganz Deutschland Strukturwandel angesagt. Neben diesen inhaltlichen Zielen möchte ich daran mitwirken, die Inhalte, für die wir Grünen stehen und kämpfen, in die gesamte Bevölkerung zu tragen. Mein Wahlkreis ist ländlicher Raum mit drei Kommunen, die überwiegend von Landwirtschaft und Tourismus leben. Und zwei mittelgroßen Städten, die massiv vom Strukturwandel betroffen sind. Regionen, in denen wir Grüne bisher oft nicht die besten Erfolge erzielt haben. Ich möchte in diesem Wahlkreis mit einer positiven grünen Erzählung alle Menschen begeistern. Egal ob jung oder alt. Egal ob sie arbeitslos, FacharbeiterInnen oder AkademikerInnen sind. Egal ob sie seit Generationen in der Region wohnen oder neu dazugekommen sind. Wir alle wissen, wenn wir den grünen Aufwärtstrend fortsetzen wollen, dann darf die Begeisterung für grüne Inhalte und Politik nicht an der Großstadtgrenze aufhören oder erst mit dem akademischen Abschluss anfangen. Auch wenn es an der Umsetzung immer noch mangelt, es ist ein riesiger Fortschritt, dass Klimaschutz endlich so weit oben auf der Agenda steht. Das ist vor allem auch einer starken Klimabewegung zu verdanken. Ich bin seit 2016 Mitglied bei den Grünen, war und bin aber auch immer in der Bewegung aktiv. Für progressive politische Veränderung braucht es den Druck von der Straße, den wir dann in den Parlamenten in reale Veränderungen umsetzen können. Ich bin politisch aktiv geworden, weil mich der Austausch und die Arbeit mit und für Menschen antreibt. Ich war als Praktikant an einer Förderschule. Ich habe einen einjährigen Freiwilligendienst in einem Projekt für Arbeitende und Straßenkinder in Delhi gemacht. Und ich habe zwei Jahre in Vollzeit an einer Schule in Duisburg-Marxloh gearbeitet. Diese Erfahrungen, insbesondere auch die außerhalb der grünen urbanen Wohlfühlblase, möchte ich in den Landtag einbringen. Ich werbe um euer Vertrauen für sozialgerechte Klimapolitik, für zukunftsfähige Wirtschafts- und Finanzpolitik und für einen klimagerechten Strukturwandel.